Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Die Chancen, den überschuldeten Einzelhandelskonzern Coop durch einen außergerichtlichen Vergleich doch noch zu retten, sind gestiegen. Vor einer Stunde wurde folgender Zwischenstand der noch laufenden Verhandlungen in Frankfurt mitgeteilt. Es fehlt jetzt nur noch eine Summe von weniger als 200 Millionen Mark, um den notwendigen Forderungsverzicht der rund 140 Gläubiger Banken in aller Welt von zusammen 1,7 Milliarden Mark zu erreichen. Aus Frankfurt Fritz Schmaldienst. Hier in der Zentrale der Frankfurter DG Bank brüten der Coop-Vorstand und die Gläubiger Banken bereits seit 15 Uhr über eine Lösung für den finanziell angeschlagenen Einzelhandelskonzern. Wie von Teilnehmern erklärt, ist das der letzte Versuch, um den vorläufigen Vergleichsantrag bei Gericht wieder vom Tisch zu bekommen. Voraussetzung ist, dass der jüngste Vorschlag, der von dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken gemacht wurde, hier angenommen wird. Demnach sollen die 143 Gläubiger Banken zu 75 Prozent auf ihre ungesicherten Forderungen verzichten und erhalten dafür 25 Prozent der Schulden bis Monatsende in bar ausgezahlt. Am Abend eine erste Bilanz. Im Laufe der heutigen Verhandlungen haben sich die Chancen des Gelingens, des Sanierungsplanes, soweit es um das Verzichtsvolumen geht, laufend verbessert. Leider stehen von einigen Banken, was mit Weekend- und Zeitsundeproblemen zusammenhängen macht, die Antworten noch aus. Aber diese ausstehenden Antworten und die bisher eingegangenen Ablehnungen zusammen machen nur noch ein Volumen von weniger als 200 Millionen aus. Alle Banken sind bestrebt, möglichst vor Mitternacht zu einem positiven Ergebnis zu gelangen, damit man möglichst vor Mitternacht dann über die Medien ein endgültig positives Signal an die Lieferanten geben kann. Als in allem ist der Trend eher positiv, aber ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor. Der Zustrom von DDR-Flüchtlingen über Ungarn hat wieder zugenommen. Am Wochenende trachen nach Angaben des Bundesgrenzschutzes weitere 1400 Menschen in Bayern ein. Für die kommende Nacht wurde angekündigt, dass wiederum knapp 600 DDR-Bürger zu erwarten seien. Sieben vollbesetzte Busse aus Budapest passierten in der vergangenen Nacht den Grenzübergang Suben bei Passau. Die 380 DDR-Flüchtlinge wurden in die Bundesgrenzschutzunterkünfte Grafenau und Deggendorf sowie ins Zeltlager Tiefenbach weitergeleitet. Rund 300 DDR-Bürger kamen in Privatwagen über die Grenze. Die meisten fuhren über die Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich direkt in die Bundesrepublik. Die Lager, wie hier in Tiefenbach, waren am Morgen wieder vollbelegt. Seit Öffnung der ungarischen Westgrenze vor einer Woche sind rund 16.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik geflohen. Die Behörden in der DDR und in der Tschechoslowakei versuchen offenbar zunehmend, Reisen nach Ungarn zu verhindern. Flüchtlinge berichteten dem Malteser Hilfsdienst in Budapest, immer mehr DDR-Bürgern würden Ausweise und Reisepapiere weggenommen. In einigen Fällen seien Sicherheitsbeamte in die Wohnung gekommen, um die Dokumente zu beschlagnahmen. Andere DDR-Bürger wiederum seien auf dem Weg nach Ungarn aus den Zügen geholt und nach Hause zurückgeschickt worden. Der CSU-Vorsitzende Weigl hat vor der Gefahr einer revolutionären Explosion in der DDR gesprochen und vor den Folgen gewarnt. In einem Interview der Augsburger Allgemeinen rief Weigl Ost und West dazu auf, auf die DDR Einfluss zu nehmen. Die Westmächte, die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten seien gefordert, der SED-Führung die Notwendigkeit eines Umdenkens klar zu machen. Bundesaußenminister Genscher hat einen Europaplan des Westens vorgeschlagen, um die Reformen im Osten zu unterstützen. Gegenüber dem Berliner Sender Rias sagte Genscher, zunächst sollte der Westen sich darüber verständigen, welche Beiträge die einzelnen Staaten und die europäische Gemeinschaft leisten könnten. Auch musste dafür gesorgt werden, dass die Reformer im Osten eine Atempause erhielten, um ihre Konzepte überhaupt in Gang bringen zu können. Der Westen sollte nicht nur Nahrungsmittelhilfe leisten, wie es im Fall Polen bereits geschehe, sondern auch Investitionen fördern und zur Ausbildung im Managementbereich beitragen. In Polen wurde in mehreren Städten zum ersten Mal offen des Einmarsches der Sowjetarmee vor 50 Jahren gedacht. Die damalige Invasion war eine Folge des Hitler-Stalin-Pakts. Mehrere tausend Menschen nahmen an der Veranstaltung am Grab des unbekannten Soldaten in Warschau teil. Vertreter einer ehemaligen Widerstandsbewegung und oppositionelle Gruppen legten Blumen und Kränze nieder. Die Feiern waren von der Regierung ausdrücklich genehmigt. Gestern ist in der kommunistischen polnischen Parteizeitung Tribuna Ludu der Sowjetunion erstmals vorgeworfen worden, vor 50 Jahren Polen überfallen und grausame Verbrechen begangen zu haben. Kundgebungen auch in der sowjetischen Stadt Lwów in der Westukraine, die bis 1939 zu Polen gehörte. Am 50. Jahrestag des Einmarsches demonstrierten Zehntausende für die Wiederzulassung der seit 1946 verbotenen unierten Kirche. Die neue ukrainische Volksfront hatte außerdem für den Abend zu einer Trauerzeremonie aus Anlass der Annexion aufgerufen. Die unierte Kirche in der Ukraine hat etwa 5 Millionen Mitglieder und ist dem römisch-katholischen Glauben verbunden. Stalin hatte sie nach dem Krieg zwangsweise der russisch-orthodoxen Kirche angegliedert. Der israelische Verteidigungsminister Rabin hat sich nach Informationen aus Jerusalem bereit erklärt, morgen in Kairo mit dem ägyptischen Präsidenten Mubarak über dessen Nahost-Friedensplan zu sprechen. Rabin fährt allerdings ohne die Rückendeckung des Kabinetts. Ministerpräsident Shamir und Außenminister Ahrens lehnen den Plan ab. Ägypten versucht mit eigenen Nahost-Vorschlägen zwischen Israel und der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO zu vermitteln. Diese Vorschläge sind aber nicht nur in der israelischen Regierung umstritten. Auch die PLO steht, so verlaute, dem Plan skeptisch gegenüber. Die Blockade italienischer Fernfahrer am Brenner und an anderen italienisch-österreichischen Grenzübergängen dauert an. Davon betroffen waren auch heute wieder viele Urlaubsreisende. Am Brennerpass vor im Schnitt stündlich 10.000 Fahrzeuge die Grenze passieren, herrschte heute Friedhofstille. Wegen der Lkw-Blockade wurde der gesamte Verkehr auf die alte Brennerstraße umgeleitet. Entsprechend lang waren hier die Staus- und Wartezeiten in Richtung Süden. Aber auch Reisen in Richtung Norden, darunter viele deutsche Urlauber, brauchten Geduld vor dem Nadelöhr Sterzing. Da half auch die Eleganz italienischer Verkehrsregelung nichts. Auf den letzten 40 Kilometern bis zum Grenzübergang kamen sie nur im Schritttempo voran. Doch viele hatten von der Autobahnblockade gewusst und mieden den Brenner. Unverändert stehen an der Mautstelle Sterzing rund 4000 Lkw aus ganz Europa unter ihnen die streikenden Italiener, die schon am Dienstagmittag die Brennerautobahn in beiden Richtungen dicht gemacht hatten. Anfangs ging es den Fuhrleuten um freie Durchfahrt durch Österreich ohne Beschränkung und Transitquoten. Nun kämpfen sie auch gegen das österreichische Nachtfahrverbot, gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer und für eine unbürokratischere Abfertigung durch die Grenzbeamten. Über das Wochenende blieben nur etwa 400 Fahrer bei ihren Brummis. Sie wurden vom Weißen Kreuz Sterzing versorgt. 200 Schnitzel und einige hundert Bratwürste hielten die Trucker bei Kräften. Und die werden sicher noch gebraucht. Erst für den kommenden Mittwoch sind neue Verhandlungen zwischen österreichischen und italienischen Beamten angesetzt. Bis dahin werden allerdings viele Frachten verdorben sein und einige kleinere deutsche Fuhrunternehmer Verluste erlitten haben, die manchen an den Rand der Pleite bringen werden. In Sterzing hat man sich auf weitere Blockadetage eingerichtet. Nach dem Zusammenschluss zweier Tanker in der Mündung des Flusses Hamba im Nordosten Englands breitet sich auf der Nordsee ein acht Kilometer langer Ölteppich aus. Spezialisten versuchen, das Öl mit Chemikalien aufzulösen, bevor es die Küste erreicht. Warum heute Morgen bei ruhiger See und klarer Sicht zwei Öltanker vor der englischen Ostküste kollidierten, ist bislang noch unklar. Der unter libanesischer Flagge fahrende Tanker Philips Oklahoma und der in Malta registrierte Tanker The Fiona, beide voller Öl, rammten sich so, dass auf beiden Schiffen Feuer ausbrach. Erst nach drei Stunden gelang es der britischen Küstenwache, die Brände zu löschen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. 17 Mitglieder der Crew der Oklahoma, die meisten sind Filipinos, mussten evakuiert werden. Bei dem Zusammenstoß wurde der Tanker Oklahoma so leck geschlagen, dass mindestens 500 Tonnen Rohöl in die Nordsee geflossen sind. Ein etwa acht Kilometer langer Ölteppich breitet sich aus. Die größte Sorge der britischen Küstenwache ist es jetzt, zu verhindern, dass dieser Ölteppich an die Küste von Lincolnshire treibt, wo sich ausgedehnte Vogelschutzgebiete und Seehundbänke befinden. Seit heute Morgen sind vier Flugzeuge des britischen Katastrophenschutzes im Einsatz und versprühen Chemikalien über dem Ölteppich. Die Empörung über diese Kollision ist groß, denn erst Mitte August verursachte das Leck in einer Ölleitung eine Ölpest am Fluss Mercy. Tausende von Seevögeln starben. Den größten Dreck hatte man gerade beseitigt. Ein Sprecher von Greenpeace forderte heute Morgen empfindliche Strafen für eine Industrie, die das Risiko derartiger Unfälle noch zu leicht nehme. Die Industrie muss gezwungen werden, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Solche Unfälle dürfen einfach nicht passieren. Bei einem Unfall in einer Chemiefabrik in der jordanischen Stadt Sarka sind gestern Abend 170 Menschen vergiftet worden. Chlorgase waren ausgeströmt, weil ein Ventil einer Rohrleitung nicht funktionierte. Im Umkreis von drei Quadratkilometern mussten mehrere tausend Anwohner vorübergehend ihre Häuser räumen. Die meisten Verletzten konnten inzwischen die Krankenhäuser wieder verlassen. Ursache des Unfalls soll eine mangelhafte Wartung der Industrieanlage sein. Allergien bei Kindern, das ist eines der Themen, mit dem sich rund 2800 Mediziner auf einem Europäischen Kongress befassen, der heute in Berlin begann. Etwa 10 Prozent der Bundesbürger sollen an allergischen Krankheiten leiden, weitere 10 Prozent bedroht sein. Allergien sind überschießende Abwehrreaktionen des Körpers gegen bestimmte Stoffe in der Nahrung oder der Umwelt. Diese Stoffe müssen bei jedem Kranken in oft mühsamen Tests bestimmt werden. Doch das wird zunehmend schwieriger, denn die Zahl neuer chemischer Verbindungen, denen die Menschen ausgesetzt sind, steigt ständig. Was allerdings nicht steigt, so wurde auf dem Kongress betont, ist die Gesamtzahl der Allergiker, die seit Jahrzehnten nahezu unverändert bleibt. Das gilt als Beweis dafür, dass die Veranlagung zu Allergien vererbt wird und die krankmachenden Stoffe nur die Auslöser sind. Diese Veranlagung kann jetzt schon bei der Geburt festgestellt werden. Im Blut von Neugeborenen aus der Nabelschnur entnommen, werden die Antikörper bestimmt. Der Arzt hat dann zwar immer noch kein Heilmittel, kann aber den Eltern gezielt raten. Den Müttern, die wissen, dass sie ein Hochrisikokind haben, für die Erkrankung an einer Allergie würde ich empfehlen zu stillen, sechs Monate lang konsequent zu stillen, keine Haustiere anzuschaffen und wenn möglich nicht zu rauchen in der Wohnung. Das ist bis heute gesichert. Die Früherkennung ist noch in der klinischen Erprobung hier an der Freien Universität Berlin und steht noch nicht allgemein zur Verfügung. Die Kinderärzte hoffen, damit einmal den Ausbruch von Allergien bei Kindern verzögern zu können. Noch eine andere These wird auf dem Kongress diskutiert, dass auch die Psyche Allergien auslösen kann. Diese Annahme, sie gilt vor allem für Asthma bei Kindern, wird jetzt bestätigt durch neue Erkenntnisse über die chemischen Verbindungen zwischen Nervenzellen und dem Immunsystem. Ein Wirbelsturm ist heute über die Karibik hinweg gefegt und hat vor allem auf der Insel Guadeloupe schwere Schäden angerichtet. Nach den ersten vorliegenden Meldungen wurden über 3000 Menschen obdachlos. Das sind rund ein Zehntel der Inselbewohner. Es gab etwa 80 Verletzte, aber offenbar keine Todesopfer. Der Hurricane, dessen Zentrum am Morgen über Guadeloupe lag, zieht jetzt in Richtung Norden auf Puerto Rico zu. Die alarmierten Bewohner dieser Region versuchen, sich und ihr habe vor diesem schwersten Wirbelsturm seit zehn Jahren in Sicherheit zu bringen. Der Polizei in Namibia ist ein Schlag gegen den internationalen Elfenbeinschmuggel gelungen. Bei einer Kontrolle nördlich von Windhoek fand sie 980 Elefantenstoßzähne im Gesamtgewicht von sieben Tonnen. Bis heute wurden 25 mutmaßliche Wilderer und Schmuggler festgenommen. Das Elfenbein mit einem geschätzten Wert von zwei Millionen Mark war auf einem Lastwagen versteckt. Nach Angaben der Behörden stammen die Stoßzähne meist von Elefanten, die in Angola von Wilderern getötet wurden. In Namibia ist der Handel mit Elfenbein unter staatlicher Kontrolle. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. September. Der Satellitenfilm zeigt über Deutschland gebietsweise Wolkenfelder. Sonst war es vielfach aufgeheitert. Vom Ostatlantik, den britischen Inseln und der Nordsee zog ein breites Wolkenband nach Osten und wurde dabei schmaler. Die zugehörigen Tiefausläufer streifen unter weiterer Abschwächung den äußersten Norden Deutschlands. Sonst bestimmt morgen das umfangreiche Hoch über Süd- und Südosteuropa das Wetter in Deutschland. Dabei fließt warme Meeresluft zu uns. Die Vorhersage für morgen. Nach Auflösung von Frühnebelfeldern meist sonnig und trocken. Im Norden zeitweise wolkig, aber kaum Niederschlag. Tiefstemperaturen 11 bis 16 Grad. Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad. Im Nordwesten mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Sonst meist schwachwindig. Die weiteren Aussichten. Am Dienstag von Nordwest nach Südost Durchzug starker Bewölkung und zeitweise Regen. Im Süden einzelne Gewitter. Leichter Temperaturrückgang. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.30 Uhr. 8.30 Uhr. reslüsik. Die Tagesschau. Diese Tagesschau.